Das ist echt eine super Empfindung. Kann man anschalten, wenn man ganz lange Straßen fahren muss. Es ist super bequem. Es gibt aber auch noch eine weitere Funktion. Gar nicht so leicht. Es bewahrt auch einige Fotos auf der Autobahn. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine?